dann machen wir uns mal auf dem weg zu der festung ich weiß gar nicht mal wie die wir heißen die noch mal ratzugari alles klar und da ist sogar ein gyrocopter schon für uns bereitgestellt ein spritz haben wir voll noch mal alles checken hier vorne da steht er ja bereit für unseren einsatz erstmal schön abheben unter hinterfliegen was krass hier nicht so hoch fliegen schöne landschaft schöne landschaft dennoch etwas kalt da ist sie können wir unsere kamera zücken so der rutscht jetzt bestimmt runter der gyrocopter hat seine dienst jetzt deutlich unter beweis gestellt so könnt ihr was sehen freunde wir brauchen ein bisschen mehr sichtfeld krass ich sehe keinen hä das gibt es doch nicht hier ist gar keine doch da jetzt kommen sie alle raus aus ihren verstecken razzugari yumas festung und wir sollten schleunigst diese festung erobern damit der goldene pfad eine neue festung dazu bekommt um pagar min noch mehr zu schwächen als er eh schon ist über dem tor kommen wir nicht rein ich will sie auch nicht rennen sonst hören die mich sofort aber können wir da einfach hoch ich weiß ja nicht sollen wir das ich gehe mal hier hinter kurz scheiße boah ich hab's gedacht der kommt hierher ich töte den aber nicht was ist hier einfach nur ein leerer raum kann man auch mal machen ja genau das ist die lösung zieht ihn die berge aber ich kann ihn auch nicht einfach töten weil der da hinten mich dann so zieht merkt das einer finde ich gut sieht aus wie ein alarm ist aber keiner okay der ist tot keiner nur mal was testen ich höre schon auf wir werfen entweder zu weit wo noch nicht entdeckt das soll doch so bleiben haben die nur ein nee haben die nur zwei alarme was will man mehr in kürat ne was will man mehr ich weiß noch nicht ob ich den da drüben töten kann ohne dass der aufmerksam wird nicht zu fassen dass uns eine bande bauern in die ecke reintun kann ich auch nicht fassen schuss verdammt der ist genau über mir der entkommt uns nicht verblutert boah alter der ist nicht mal tot oder was das ist nicht mehr das ist unser kampf das ist unser kampf habe ich näher uns eurer position schweiß kann ich jetzt wo komm schnell weg Lass die Blut! Wir kommen aus der Luft! Scheiße, einfach ruhig sein. Der Helikopter ist hier... Wo war der Barat? Wir müssen uns einen besseren Überblick verschaffen, Freunde. Wir werden jetzt erstmal hier hoch. Bitte kommt der da hoch, bitte kommt der da hoch. Gut. Nein! Komm! Passt. Wo kann ich den nicht spotten, jetzt? Boah, wie hoch muss ich den denn werfen? Okay, ich treffe den nicht. Toll, die wissen jetzt auch wieder wo ich bin. Das ist auch sehr schlau von mir gewesen. Ach wohl, das ist eigentlich ganz gut. Tschüss! Toll! Ich wollte eigentlich, dass der Tank hoch geht, aber nein. Schande. Wenn er kurz stehen bleiben würde... Der stirbt nicht! LOL Ich raff's nicht Jetzt habe ich Cool Helikopter kriegt auch kein Damage Ich verstehe gerade gar nichts, Freunde Ich lasse mich mal kurz umbringen Wir müssen das eindeutig nochmal machen Das war jetzt wieder zu Riskant, wie ich da reingegangen bin Okay, da hinten ist auch einer So, hier kurz ein bisschen lang fliegen Ja, weil wir einfach besser sind als ihr Also wir sind viel besser als die So, ich will Erst nochmal alles spotten Jetzt komme ich da nicht hoch Der Tank ist auch gespottet Hier wäre schon so eine Sniper ganz nice, ne? Was ist das denn? Ich weiß es auch nicht Ähm Problem Tja, was für eine Schande Wie sollen wir da jetzt reinkommen? Haben wir hier vielleicht eine bessere Position Jetzt bin ich da Verdammt Durch das Tor können wir aber nicht einfach so durchgehen, ne? Es geht das ja zu Ja Ja Dann probiere ich es nochmal da rum Diesmal versuche ich nicht runter zu fallen So Hier hoch So Oh Nein, jetzt komme ich da nicht hoch Jetzt Gut Haben wir noch mehr Einheiten hier? Haben wir noch mehr Einheiten hier? Wie soll ich denn hier reinkommen bitte? Ohne gesehen zu werden Weil die stöhnen ja auch immer ganz kurz wenn sie auch leise getötet werden von mir Also durch Messer oder mit einem Schalldämpfer oder mit unserer Armbrust hier Ich habe mich nicht gemeldet um rumzusetzen Warten bis der golde Fass zu uns kommt Ich möchte da rausgehen und in ein paar R's betreten Na der ist down Der ist auch weg Ich weiß nur nicht wo die Hunde hier sind Ähm Ups Da war ein Hund Nein, wo ist er hin? Scheiße Das wird ein Problem, Freunde Denn die Hunde Sterben Zwar auch schnell aber Nicht mit einem Messerstich oder so Verdammt, wo ist der? Toll Bewege mich nach unten Steck mich Nach vorn Schhhhhhh Die haben nichts gesehen Ich kann ihn nicht töten Ich muss erst den da killen Halt die Augen offen Schhhhhhh Boah Das jemand noch so eine doppelte Panzerung haben ist mir nicht egal Scheiße, der kommt hier her Nein, nein Nein, nein Das müsste ja rein theoretisch der letzte sein Boah Mit einem Matchert haben wir Ratu, Gadi, Erobat, die dritte und vorletzte Festung von Kyrat, die besetzt war vom Feind Nice Finde ich gut Oh, wir haben hier Was haben wir hier wieder? Ratu, Gadi, Erobat, befreite Außenposten in dieser Region werden nicht mehr von Jumas Truppen angegriffen Nice Gut gemacht, AJ Hagan hat fast alle Festungen verloren und jetzt auch noch Juma Nun wird es ihm schwer fallen, Kyrat unter Kontrolle zu halten Jo Auf jeden Fall Sollte erstmal kurz hier rein und Munition holen Die haben wir uns verdient Die haben wir uns reglich verdient Dann noch schnell mal hier verkaufen Und dann gehts weiter Auge um Auge Erreiche die Ziele und rüste dich aus Dann werden wir mal uns auf den Weg machen mit unserem Gyrocopter Unserem besten Freund hier in Kyrat Los gehts Sollte 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 Sollte